Was sagt der Lukas? Das ist jetzt alles so reibungslos gelaufen, du musst schwanger sein. Du? Ja, der Baby Walters. Auf dich. Es klingt eigentlich egoistisch, warum man ein Kind will, oder? Warum kriegt man sonst ein Kind eigentlich? Um gescheite Werte zu vermitteln. Und ich glaube, wenn man das all in all schafft, das wäre dann der Jackpot. Ich hab mir schon ausgesucht im Sommer. Mein Motivation zu werden, um ein Donor zu werden, ist basiert auf der Idee, zu geben und zu bekommen. Es gibt Menschen all over the world, die nichts mehr wünschen, als ein Kind zu werden und ein schönes Kind zu werden. Okay, ich sage den ersten Namen, den du jetzt in diesem Moment einprest. Wer den Namen? Der Mann! Good luck! Und don't forget it's mine. Das warten wir schon. Das Kind kriegen wir groß. Ich weiß auch nicht die ganze Lösung. Ich weiß nur, dass ich schon freu' ist.